Willkommen zurück zum 25. Part von die Siedler 3 Römerkampagne 5. Also Siedler 3. Wir sind bei der Römerkampagne Nummer 5. Dies ist schon die zweite Aufnahme von Part 25. Weil ich sehr mutig bin und immer raus tabbe, ist es mir beim letzten Mal einfach so sangenklanglos abgeschmiert. Und ich habe keinen Speicherpunkt. Ich habe nicht gespeichert. Ich bin ganz froh, dass ich nach dem ersten Part gespeichert habe. Ich muss mich gerade kurz reinfinden. Wo war ich? Hier, 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 hier. Göttliche Aufwertung. Okay, soweit alles klar. Und ich hatte noch ein Lager. Ich brauch noch ein Lager. Okay, dann bin ich hier vielleicht dran. Ein Lager? Nee, Scheiße. Egal, 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 egal. Aber hier kann ich noch ein Lager hinsetzen. Ähm, ja. Gut, äh, im letzten Fall ist jetzt auch nichts so geil ist passiert, dass ich sagen muss, das war jetzt scheiße, dass es weg ist. Es war ganz normal, ganz normales Aufbauspielgedönske. Und das ganze Zeug ist ein bisschen lauter auf meinem Lager hat. Aufnahmen ist das ja, wie ich im letzten Fall schon erwähnt habe, leiser gemacht worden. Ähm. Gut, Kampfkraft 43%. Äh, ja, das dauert jetzt wieder noch ein bisschen. Gut, der ist fertig. Ähm, ja. Was ich noch erzählen wollte, oder was ich eigentlich schon erzählt habe, jetzt aber nochmal wieder erzählen darf. In, ähm, Scheiße, Riederfahren verloren. Äh, dass das FTL-Let's Play, was jeder geliebt hat, deswegen hat das auch jeder geguckt hier. Nicht. Was nicht so gut angekommen ist, leider Gottes. Was ich ja nicht so ganz verstehe, aber es ist jetzt auch egal. Äh, neigt sich dem Ende zu. Ich hab grad schon nachgeguckt, das war der fünfte, an dem es fertig ist. Also der fünfte, achte 2017, um genau zu sein. Kommt der letzte Part um sechs. Es ist zwar ein Samstag, aber ich hab keine Lust, die Woche drauf nochmal einen Tag zu beschwenden mit dem Zeug. Deswegen, dann hab ich alles gemacht und dann ist auch gut. Und, und, und Schicht und Schacht und Feierabend. Und ich sollte die Stoppuhr nochmal starten. Hab nämlich von Timer auf Stoppuhr gewechselt. Erstens, weil die immer hell ist und nicht immer sehen kann, wie weit ich bin. Und zweitens, sie piept mir nicht rein. So, äh, ja, soviel dazu. Für die Tipps hab ich mich, glaub ich, schon bedankt. Vom, ja, hab ich mich schon bedankt für. Hab ich letzte Folge getan. Äh, was ist für diese Folge geplant? Was hab ich noch geschafft? Die Insel hier einnehmen komplett. Und schon die ersten Bauten da hinsetzen, anfangen. Das wird diese Folge passieren. Geht auch relativ fix, hab ich festgestellt. Äh, einen Angriff wird's noch nicht geben. Ich glaube, das wird nächste oder vielleicht auch übernächste Folge erst der Fall sein, bis ich mich wirklich traue. Bis ich auch genug Kaka beisammen hab, um dem, äh... Da bin ich auch ne Chance hab gegen den. Sonst wäre die einzige Möglichkeit, einen Entenmarsch zu provozieren und den damit platt zu machen, aber... KI austricksen ist irgendwie... Ja, ne, hab ich jetzt keine Lust drauf. Das ist mir zu aufwendig gemacht. Ich bin gerade eben von der Schaffenskraft meiner Siedler begeistert. Die sind hier ziemlich gut dabei. Ich will noch mal gucken, ob hier oben liegen nur zwei Äxte. Das heißt, nur zwei Holzfäller. Dafür zwei Sägen. Super. Zwei Sägen. Super toll. Zwei Sägen. Geil, kann ich hier einen Farmer oben aufmachen. Ein einziger bescheidig Farmspot hier oben. Ist quasi der hier. Ich weiß nicht, wie's hier aussieht. Vielleicht auch noch. Hier kann man aber noch mal richtig geilen Winzer hinsetzen und noch mal ein bisschen mehr Aufwertung ergaunern. Ich bin aber... Ich bin so überzeugt davon, dass das eine gute Idee war, den... Na. Wollte ich jetzt sagen. Äh, den, 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 den... Ah, den Farmer jetzt schon zu bauen. Den, den. Nicht den Farmer, den. Komm schon. Den Winzer. Mein Gott, was ne Geburt. Da ist doch der scheiß Dieb. Ich such den die ganze Zeit. Ich wusste nicht, ich hab den auf dem Schiff geschickt. Ich wusste aber nicht mal, welches. Ich fasse den scheiß Geologen damit drauf. Hier sitzt. Mein dicken Mineralstoffkumpel. Dicke Mineralkumpel. Kann ich hier schon mal... Das setzen. Ja, komm, 10. Schicke ich noch rüber. Danach hat's ich's. Äh... Ich würde dann noch gerne noch mal ein... ...Wohnhaus hier hinsetzen. Ja, es sei mir nicht vergönnt. Doch hier unten ist es, das geht. Schweinefarm. Komm, da bin ich außerhalb von dem... Ja. Jetzt nicht mehr ganz so außerhalb, weil ich ein bisschen nach links wutschen muss. Oder sollte. Ja, ist das wirklich so eine gute Idee? Nee, ist das vielleicht nicht so eine geile Idee. Komm, mach weg. Der soll hier den Baum gleich fällen und dann haue ich das da hin. Komm, ich da eher nicht schlacht da hin. Der braucht nicht so viel Platz. Sieht's für die Aufwertung aus? Nicht gut. Fährenbau, ich brauche Fähren noch. So, dann baue ich hier oben. Noch einen dieser Art. Sehe, wer kommt dann gleich da hin. Okay. Wieder runter. Der hier hält sich wieder einer irgendwo in der Mitte auf. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, weg. Ah, hier. Das wollte ich nämlich scouten. Ob ich hier ein Heer absetzen kann an der Stelle. Oder irgendwo an der Insel, damit... ...ich nicht so viele Schiffe brauche. Sondern nach und nach die Leute rüberkaren kann. Es gibt scheinbar... Also es sieht ganz aus, als gäbe es eine solche Stelle, aber... ...ob das wirklich zu empfehlen ist, sei mal so dahingestellt. Ah, komm, das sind jetzt schon ziemlich viele. Nehmen wir die fünf raus. Machen wir die mal... ...wieder zu ganz normalen Siedlern. Was ist mit dir? Ah, du musst jetzt wieder weiter ins Land rein. Ha, weil du zu nah einer Grenze bist. Oder quasi auf der Grenze stehst wieder. Das ist komisch mit denen, mit dem Strand. Das registrieren die manchmal nicht so. Wo die da sind, aber sei's drum. Das ist schlecht. Er scheint nämlich jetzt die Waffen in seinem Besitz zu haben. Das bedeutet, er hat noch mehr Einheiten. Da kommt auch schon einer angeschissen, aber das ist mir jetzt egal. Ja, auf jeden Fall. Und er baut ein mittelgroßes Wohnhaus. Also ich geh jetzt mal stark davon aus, dass die Waffen weg sind. Ich renne da jetzt mal hin. Nein, die Waffen liegen noch da. Ich nehm die mit. Ich klau die Dinger. Ähm, es sieht gerade ganz aus, als käme ich mit dem Ding davon. Ich hab eigentlich gedacht, der stirbt jetzt. Wollt ihr denn auch eigentlich da stehen lassen, weil ich scouten wollte, ob der, ob das Ding gut ist? Der Weg, dieser Weg, wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ähm, ich hab auch schon, also was stimmt, was ich nicht gesagt hab, wegen, zurück nochmal zur FTL. Ich hab auch schon ein anderes Projekt mir austut, ein anderes, anderes Spiel, was, was ich noch gar nicht kenne, wo ich hab keine Ahnung, wie das, wie das funktioniert, was es ist genau. Äh, es sah lustig aus und deswegen hab, es sah lustig aus und es, und es war billig. Deswegen hab ich's mir geholt. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht nochmal Northgard bringe. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das, äh, meine Hardware schafft, das zu, ja, das, das, das zu, zu verarbeiten. Also ich weiß, dass das Spiel läuft, aber ich weiß nicht, ob dabei noch eine Aufnahme funktioniert. Äh, das ist fragwürdig. Und darauf kommt's ja im Endeffekt bei, bei, hierbei an, also bei mir jetzt. Ähm, das, gilt es eigentlich noch rauszufinden, aber ich, äh, hab schon mal geguckt, wie man das irgendwie errechnen kann mit, mit der, mit den Ressourcen, die das, die der OBS braucht, aber irgendwie hab ich dazu nichts gefunden. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen auch. Ich hab gedacht, dass irgendeiner, also irgendeinen wird's ja wohl geben, der da ein bisschen Ahnung von hat, oder irgendwo, äh, zum Beispiel die Entwickler, die mir sagen können, wie viel so, so grob an Systemlast benötigt wird, aber gut, ich hab die jetzt auch nicht angeschrieben oder so, vermutlich bekäme ich da entweder eine patzige Antwort oder gar keine. Geh ich mal stark von aus. Soll eher gar keine. Vermutlich wissen sie gar nicht, was wir darauf antworten sollen. Es wär aber wirklich hilfreich zu wissen. Wenn ich, wenn ich so groben, so grob eben weiß, geht das, geht das nicht. Wenn nicht, dann muss ich das Ding halt mir besorgen, dann muss ich eine Testaufnahme machen und wenn's halt nicht geht, dann hab ich's mir quasi für den Arsch besorgt. Also kann ich's in dem Sinne, wie ich's wollte, nicht benutzen, sondern kann's nur privat zocken. Und das war eigentlich nicht so ganz mein Gedanke dahinter. Also jetzt hab ich doch da in den Bereich nochmal ein bisschen eingegrenzt. Oh, ich hab'n Bogen geklaut. Dann brauch ich das hier auch gar nicht warten. Toll, jetzt hab' ich den Dieb hier drauf. Ja, komm, setz ihn die bald da drüben ab, woher. Mein Gott, diese Schiffe sind so dämlich! Das sind solche dämlachs! Und die Zeit mal wieder einblenden. Was für ne Kampfkraft? 50. Ah, viel zu wenig, viel zu wenig, ne, ne, das wird doch eine, ne, ne. Ah, das wird doch eine, ne. Ah, er fängt uns zu ernten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Baustelle, feine Farben. Das läuft ja alles, passt schon ein bisschen zu gut. Jetzt hab' ich's gesagt, jetzt hab' ich's gejinxt, jetzt verliere ich. Jetzt wird's nix mehr. Nochmal mittlere Wohnehaus, hab' ich irgendwo Platz führen? Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Komm, lass mir mittlere Wohne, lass mir groß sein. Ja, vielleicht könnten sich mal die römischen Ingenieure da hinsetzen und sich mal was ausdenken, ja? Wer ist denn damit? Luteos Maximus, überleg dir mal was. Oder Archimedes, der war Grieche, verdammt. Egal! So, hier haben wir auch wieder die Priorität für... Bei, bei den Pionieren kam er raus, oder was? Oder war das Schutz? Äh, ich hab' ein bisschen Angst, dass wenn ich meine Soldaten da ablade, dass die anfangen, sich direkt mit denen zu keilen. Das will ich nicht. Ich kenn' meine Leute, die rennen... Ich kann auch Positionen halten drücken, die rennen trotzdem einfach raus. Also, dieses Positionen halten hab' ich nie so ganz verstanden. Für meine Begriffe funktioniert das nämlich nicht richtig. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gut, dass sie da noch so'n Weg gehen, wenn da irgendwo ein... ...ein Bauer wohl lang latscht, der irgendwas hin und hin bringt, oder so'n Träger halt, wo lang läuft, der was wohin bringt, das versteh' ich ja irgendwo noch. Aber, statt die dann immer trotzdem noch mal angreifen, zumindest passiert mir das ganz gerne mal. Finde ich persönlich einfach scheiße. Um das mal... ...so auszusprechen. So, äh, das hätten wir dann auch. Ah, Weihnachtsbräufe ist auch relativ gut. Hier ist halt besser als da. Ich weiß nicht, warum. Äh, vermutlich, weil die... ...die... ...die Gedönske zu nah dran ist. Ah, die Werkzeugschmiede. Es stockt halt wieder mal an der Kohle, aber das fängt jetzt auch an. Hier kommt jetzt der erste Sack. Ja, der erste Saftsack. Witzig, witzig. Ah, da ist schon Brot. Das ist nicht mal der erste Sack, das ist schon... ...einer der... ...nicht mehr ersten. Ah, Produktionsstock noch ein bisschen. Vielleicht brauche ich davon doch zwei und ich vertue mich jetzt hier gerade. Da muss ich hier drüben doch noch einen hinbauen. Im Zweifelsfall muss das hier nochmal weichen oder gestoppt werden. Wenn nicht genug Zeug da ist, dann ist nicht genug Zeug da. Kann ich da auch nichts dran ändern. Also wenn die Produktion eben nicht effizient genug ist oder eben nicht so läuft. Ach, wie viele Soldaten habe ich denn? Knapp fünfzig. Nicht nur knapp, sondern ziemlich genau fünfzig. Äh, unter dem Strich zu wenige. Bremszig Soldaten reichen bei weitem nicht aus, um das zu machen, was ich brauche, was ich muss. Ich kann hier aber... Also ich habe hier ja Rekruten noch. Wie viele habe ich hier an Rekruten? 21, also da habe ich 70 Soldaten. Waffen habe ich auf jeden Fall. Da habe ich jetzt fleißig nachproduziert die ganze Zeit. Das habe ich so getan. Und da kommt jetzt auch wieder Kohle. Einer der Kollegen hat. Dings bekommen. Was zu essen, der hier. Schön, dass der mit der schlechtesten Quote was zu essen bekommt. Wenn die noch schlechter wird, fliegt der raus. Ah, da wird es schon wieder besser. Warum bringen die den jetzt so dem Zeug? Das ist doch scheiße. Ich meine, also... Gut, der ist am nächsten dran, aber... Die sollen das auch hier hoch bringen zum Teufel nochmal. Na gut, 64er Quote. Er bringt gerade gut was raus. Ähm... Allerdings fehlt mir jetzt... Fehlts mir jetzt am Eisenerz. Das ist unglaublich. Leiderdem haben sie ja auch keine Fische gebracht oder so, ne. Trinkt der Eisenerz mir hier nochmal ein bisschen mehr Fisch. Einen Fischer habe ich abgerissen, aber ich habe ja noch 24. Ich habe wahrscheinlich den einzigen Fischer abgerissen, der was gebracht hat, ne. Er hat mir eh nix... Nix... Ne, er hat was rausgezogen. Wo sind denn hier Fische? Fischi, Fischi! Da. Hat sich genau gesehen. Mist. Daraus wird nix. Ah, was ist los? Ah, ich habe nur eine Spitzhacke. Ähm... Kacke. Kugel dazu. Na komm, die fünf können das nochmal fertig machen hier. Baue ich jetzt hier noch was so mit göttlicher Aufwertung und so? In erster Linie erst nochmal ein großes Wohnhaus hier. Und das ist das allererste, was ich hier baue. Eigentlich brauche ich das, ne. Ja komm, der Winzer kommt direkt hinterher. Ähm... Kleiner auch noch. Ich brauche noch einen großen dann nochmal. Und ein Förster. Jetzt habt ihr erstmal genug zu tun. Ja. 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 Ich krieg das jetzt noch alles mit, wie ich jetzt hier noch relativ fix und angestrengt Vorbereitungen treffe. Das läuft ja hier tatsächlich doch. Ey, das findet ja an richtig zu laufen hier alles. Kann ich das mit dem... ...dem Brot auch wieder ein bisschen zurücknehmen? Hat der Schwein bekommen, oder? Hat der... ...brot bekommen? Ähm... Ja. Speichere ich das Ganze mal. Nicht, dass es mir gleich wieder abschmiert. Äh... Ich hoffe, es hat euch wieder... Was hat es da... Ah, da... Wieder. Es hat euch immer gefallen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Oh, das ist ja klar. Ich auch nicht. Äh... Lasst Feedback da. Ist mir sehr wichtiges Feedback da was. Was mir allerdings noch wichtiger ist, ist, dass ihr einen schönen Tag habt. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ich wünsche euch was. Bis dann.